Liebe Ortsportfreunde, im letzten Kampf vor der Pause kommt es zum Finale im Junioren-Bandarm-Gewicht bis 52 kg. Kampfdistanz einmal mehr drei Runden als 2.0. Ich rufe in die rote Ecke vom Verein SG Nürnberg-Fürth, Aga-Rimli. Ich rufe in die rote Ecke vom TV-Band Lützheim, Probeidola Nürnberg-Fürth. Zweiter Aufbrief für die rote Ecke, der hat den Aga-Rimli von SG Nürnberg-Fürth. Der Kampf wird statt unter der Leitung von der Herrvolle Karl-Heinz Wolffstetter. Und das Punkt geht, setzt sich zusammen aus Franz Kern, Jörg Kern, Jan-Milani, Karel Harkos und Alexander Babisch. Rübenfrei, Rundberg 1. Rundberg 1. Rundberg 1. Rundberg 1. Rundberg 1. Vielen Dank. 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 Stop. 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 Vielen Dank.